und so weiter und so weiter in timbukto der inneren mongolai und in peru ne spaß eben home office gerade und ja man diesmal wieder blog rund um die themen der dimension und liebe und noch ein paar andere themen ja heute mal wieder ein richtig schön griffiges thema ja vorsicht vor da ich jetzt auch mal so anführungsstrichen narzissten oder sehr egozentrischen oder narzisstisch stark angehauchten menschen echsen über weihnachten also weihnachten ist die beschissenste zeit des jahres die du mit denen zu tun haben willst dass und dieses auch so ein bisschen video zu sagen vorsicht 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 weil weihnachten ist die zeit wo ja alle einsam sind die pluspole sind also wenn man jetzt nicht gerade in einer schönen beziehung ist die pluspole sind einsamen die minuspole sind einsam weihnachten möchte man halt gerne vielleicht nicht allein verbringen jetzt auch noch lockdown zeit und so weiter und ja das ist alarmstufe rot irgendwie da kannst du vielleicht selber alle möglichen ja vielleicht nicht alle möglichen aber die leute von dem man vielleicht gerade nichts hören wollen sollen wollen würde liebe chip konditional drei irgendwie ja die melden sich natürlich dann rund um weihnachten mit hab dich vermisst und hab an dich gedacht das ist was immer wieder sage minimaler aufwand natürlich keine entschuldigung oder dergleichen und ja um irgendwo wieder anzudocken irgendwo wieder energie abziehen zu können und einen doch dann wieder genauso zerschossen zurückzulassen wie das mal vorher auch irgendwie und ja also macht das nicht auch vorsichtig vor neuen kontakten also man ist wirklich gefährdet in dieser zeit im jahr dass man ja dass man dating app aufmacht und denkt ja so ein scheiß ich will nicht allein sein sieht die ganzen roten flaggen nicht die einem entgegen gesprungen kommen und lässt sich lovebomben und denkt dann vielleicht auch sogar nur ja was soll es zwei wochen toxischer sex macht doch nichts irgendwie doch es macht was du hängst wahrscheinlich wieder drin hast wieder eine runde wieder eine ätzende beziehung und ja mach das nicht also natürlich wenn du jetzt zufällig die person des jahres über weihnachten triffst wunderbar aber es wird sich dann nicht so anfühlen wie diese toxische scheiße die du sonst erlebt hast wird sich nicht genauso anfühlen das auf jeden Fall schon mal sagen also vorsichtig lügt ihr nicht in die tasche eier nicht rum es ist wirklich die gefährlichste zeit des jahres was das angeht ne und wie gesagt das hat alles seinen preis und man kann nicht einfach mit jemand sex haben oder eine affäre haben ohne dass es was kostet also manchmal weiß man nicht genau was es kostet aber manchmal ja denkt man dann vielleicht nachher das war es wirklich nicht wert ne also pass auf dich auf sei besonders vorsichtig ich mache am besten ein handy aus bis april nein spaß aber was ich meine also lass dich nicht einsülzen und aber ja spiel du auch nicht mit was jetzt überhaupt nicht nur auf die minuspole schieben spiel du auch nicht mit bleib in der selbstliebe dein selbstliebe anteil ist bestimmt nicht dass du noch mal toxische verstrickung gehst über weihnachten und es dir danach noch schlechter geht alleine oder es heißt alleine also wirklich sind wir eigentlich nie alleine denke ich persönlich immer mehr aber gut irgendwo vielleicht nicht in der beziehung sein und dann in ruhe im nächsten jahr wieder gucken ist wahrscheinlich besser oder ist mit sicherheit besser als so eine toxische karambulage ja wo man denkt das ist die geilste cola am automaten und es ist ja schmeckt dann aber hinterher wie faule milch das ist es nicht wert okay immer noch läuft die 25 prozent aktion auf alle meine kurse auch dating kurse und so weiter dating in der polarität zum beispiel und viele andere geschichten auch kurse die sonst nicht sind bis montag noch mit dem code licht 25 für 25 prozent auf libysche.de und wir werden es bald wiedersehen bis jetzt bis jetzt Untertitelung des ZDF, 2020